So meine Freunde, es geht weiter mit Let's Play Metal Gear Solid Peace Walker. Ja, im letzten Part haben wir gegen Cocoon gekämpft und auch gegen ihn gesiegt. Und haben wir auch dann später ein paar Missionen für unsere Kameraden auch gemacht. Und ja, jetzt geht es weiter. Schau ich mal. Die Untergrundbasis infiltrieren. Peace Walker is in a hangar at the very bottom of the mine. Infiltrate the base and put a stop to the project by destroying Peace Walkers AI-Pod. Alles klar. So, Sneaking. Wir wechseln mal die Waffen kurz. Und wir machen mal... RK-47. Sieht so alles gut aus. Fangen wir an. The enemy is still on high alert after that last tangle. Don't get yourself caught. Okay, ich suche nach mir. Das heißt, ich muss sehr vorsichtig sein. Okay, hier ist ein Gefangener. Irgendwo? Hier ist er. Die sind. Wwać totally ist PSG. W Ich hatte keine Ahnung, dass sie so viele AI-vermögen gemacht haben. Ab mit euch! Bei Metal Gear Solid für Playstation 1 gab es sogar so einen Trick, dass wenn man richtig oft den Knopf bei dem Fahrstuhl drückt, dann kommt der sehr schnell. Also das war so ein kleiner Trick. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Teilen auch so funktioniert, aber das würde ich nur so nebenbei sagen. Oh man! Und da habe ich es wieder mal verbockt. Das ist ein sehr gut. Ich hab die Aufmerksamkeit. Aber die Aufmerksamkeit ist das. Oh, das ist der Fall. Ich habe die Aufmerksamkeit. Ich habe die Aufmerksamkeit. Das ist der HQ. Das ist der Patrol. Kontakt verloren. Entstanden. Der Krieg wird immer näher sein. Find ihn! Oh! Okay, da komm ich nicht rein. Ich hab noch 3 Fultons. Oh! Hm? Oh! Oh! Oh, okay. Das sind Tippen. Oh! 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 Du hast mich gekommen, um zu zerstören? Sein Puls hat etwas gegründet. Es ist nur ein Chil. Es fröhnt hier. Ich verstehe. Boss... Was ist es, Jack? Boss, ist das du? Was ist es, Jack? Du hast... Regretungen? Regretungen? Was ist es, über deine letzte Mission? Meine letzte Mission? Die in Grosnegrad. Ich habe nie auf eine Mission dort. September 1964... Du schraubst die USA. Und dann... Ich habe dich nicht. Ich habe keine Rekord, wie es such a debriefing ist. Ich habe mich gehört. Ich muss mich wissen. Du schraubst die Sowjetunion von deinem Freie Willen? Es gibt keine Rekord-Mission mit dieser Beschreibung. Jack? Du bist nicht der Boss. Der Boss ist tot. Du bist nicht der Boss! Du schraubst die Waffe, Big Boss! Du schraubst die Waffe, Big Boss! Die Mammel gezeigt, die gleiche Antworten zurück in der Lab. Das ist sicherlich, dass du nebenher bist. Es ist ein Ehre, dich wieder zu treffen, Big Boss. Ich habe ihn schon gesehen. Lobo ist der Name. Lobo? Es schmeckt wie ein rotter Körpers zu mir. Ich weiß alles über dich. Selina Jarsk? 10 Jahre vor. Du warst. Die Operation, um den Traitor zu eliminieren. Ich habe das ganze Sache. Ich sollte nicht so sein, dass du wieder in Langley sein kannst. Was machst du hier? Das ist das, was die CIA best macht. Verzüge, dass die Leute in der Nähe ihre Hände kaputt. Oder sie sie wegkackt. Wo es nichts zu hören ist. Ich verstehe. Versuchst du zurück in ihre gute Gräse. Es ist nicht so ähnlich. Mein Ziel ist eine neue Weltordnung. Detente. NPT. Salt. TTBT. Seitdem der Krise der Kubanischen Krise, die Strukturen der Krise der Krise ist, hat sich eine Rolle geschehen. Eine neue Zeit ist vorhanden. Eine Zeit, in der die Peace Walker, ein System der Krise der Krise, mit der Patience und der Krise der Krise der Krise, wird einen großen Sinn spielen. Das ist dein Klan, die Menschheit zu schützen. Es gab noch einen anderen in den 80er Jahren. Genau. Es macht ihn der einen realen Deterrent. Die Leute wundervieren, verlieren ihre Nerven. Das ist nicht warum die Deterrenten funktioniert? Nein. Machines machen keine Fehler. Nur die Menschen machen. Das ist warum ein vollautomated, mechanisiertes Deterrent, wie Peace Walker, ist notwendig. Als unser System erzeugt wird, Langley wiederum wird seine Augen auf die Lateinamerika als der Cockpit der neuen Cold War. Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Peace Walker wird durch die ganze Karribe. All die Nordamerika, Südamerika und die West Indien werden in ihrer Größe. Wir bringen die Verordnung und Ordnung auf den ganzen Kontinent. Und du wirst immer noch die Schmerzen? Hm. Du wirst immer noch nicht verstehen. Die Zeit der Heroin ist vorbei. Verrückt mit dem Boss und ihren Bankrupten. Verrückt mit dem Boss. Von jetzt auf, unsere einzigen Heroin werden wir Maschinen. Wahrscheinlich niemand versteht das besser als du. Außer vielleicht deinen Partner. Ein Deterrent für Hire. Ein Armee ohne Bordern. Du hast auch eine neue Systeme inventiert. Und ein Admirabel bei dem. Das solltest du eine Offer sein. Ich habe keine Offer. Ich habe keine Frage für ihn. Wenn ich meine neue Systeme vende, du und du hast, musst du gehen. Warte. Koltmann. Ich habe Fragen für ihn. Informationen kritisch für die Aufmerksamkeit der Mammal-Pot. Gib ihn mir. Hm. Nicht zu viel Zeit. Wir haben gerade gesagt, dass die Salt-2-Talks auf die Aufmerksamkeit sind. Wir werden auf Zeit starten. Snake. Du wirst mir helfen, den Resurrector zu helfen. Schau mal. Der Boss ist tot. Bring ihn. Oh. Wieder ein Kurzheim-Event. Na verdammt. Ich habe falsch, dass du gedrückt. Na. Ist das jetzt Game Over? Okay. Schleimann nicht. Boah. Einfach so wie aus dem Nichts kommt da jetzt auf einmal der Quick-Tank. Ein Quick-Time Event. Naja. Ich habe auf jeden Fall aber mein Bestes gemacht. Also wir haben auf jeden Fall erfahren, dass Koltmann diese Operation auch geplant hat. Und ja, er hat auch diesen sowjetischen Kommandeur da erwähnt. Es gab noch einen anderen in den 80er Jahren, der hat auch den Atomkrieg auch verändert. Tortured Chamber Escape. Snake. Ich hoffe, dass du mich hören kannst. Das Wort ist, dass du von Strangelove getötet hast. Ich glaube, dass sie deine Geräte veröffentlicht haben. Aber ich weiß, dass du noch etwas hast. Suche deine Erinnerung, Snake. Ich habe nicht veröffentlicht. Ich bin loyal. Zu Ende. Zu meinem Ziel. Was für dich, Jack? Was wird es sein? Loyalität zu deinem Land? Oder Loyalität zu mir? De deinem Land? De deinem alten Mentor? De deine Mission? De deine Beliefe? De deine Aufgabe zu deinem Unit? De deine persönliche Gefühle? De deine persönliche Gefühle? De nur etwas, was wir glauben können, mit absoluter Sicherheit, ist die Mission, Jack. Die Mission, Jack. Rise and shine. Die Griefe von Koldmann nicht interessiert mich. Ich bin nur interessiert in eine Sache. Die Wahrheit. Ich bin ein Wissenschaftler. Ein Entwickler von AI. Aber nicht ein AI. Ich bin ein Wissenschaftler. Und als Wissenschaftler, ich finde das nicht lustig. Du verstehst? Ich bin Wissenschaftler. Und ich erwarte Antworten, die Sinn machen. Auf bye. Was wissen Sie? Eine Philosophie aus China zu gehen für die D reporten, der mit der Davy Kroffert zu tun hat. Und sie verokum konnte auf der Dä demons. Und es benötigt für den Nukleusk värld auf der Sowjetischen Hafene. Das ist das, was ich weiß, von der CIA-debriefung von der CIA-debriefung. Sie hat oder nicht defekte? Antwort auf mich! Sie hat oder sie nicht sterben für ihre Lande? Sie hat uns ausgeliefert. Meine Wurzeln waren, um sie zu schützen. Liar! Ich will wissen die Wahrheit! Wurzeln Sie sich! Oh, verdammt sie! Sie lief mich? Okay. Verwärts sie. Das ist nicht so, dass ich sie verletzt habe. Ich weiß das. Aber was ich nicht weiß, ist dein Motiv. Warum würde ein Hero, loyal zu Ende, verletzen ihre Lande? Was wirklich passiert? Was hast du gesehen? Sie verletzte mehr als ihre Lande. Sie verletzte mich auch. Sie verletzte mich. Wie verstehst du diese Bandana? Warum stehst du ein Memento von einem Traitor? Was sagst du? Und was ist das Schmerz? Sie sagen mir nicht, dass du die Schmerz mit der Schmerzen hast? Sie sagen mir nicht, dass du die Schmerzen hast. Sie sagen mir nicht! Sie sagen mir nicht! Sie verletzieren deinen Körper mit ihrer Erinnerung. Sie sind eher effektiv, wenn du mich fragen. Sie verletzte dich ja für die Amerikaner, oder? Ja. Sie sagen mir nicht, dass du die Schmerzen hast geplant hast. Sie kommen nicht zurück. Was ist wieder los? Ich habe nichts für ihre Säule oder für ihre Dignität. Und du? Ja, ich liebe dich. Aber du musst auch verstehen, wie ich fühle. Ich habe ein Recht zu wissen, was sie für sie sterben hat. Warum nicht du mir sagst? Du bist nicht mehr einer von Washington-Lapdogs. Du hast keine Moral-Obligation in deinem Land. Ich sage mich! Verstehst du, dass dein Lieblingsbuss wieder zurückgebracht hat? Dann sag es. Sag es, dass sie für die Amerikaner sterben hat. Dass sie für die Endes bleibt. Sie hat ihr Leben für die Lande, die ihr wieder einmal und wiederum verletzt hat. Nein. Diese Frau... war eine Verletzende. Warum? Für welches Ziel? Was ist das? 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 Ich bin nicht helfen, dass du das alles fertig bist. Fass dich, der Boss ist tot. Was ist das in der Maschine, das ist sie. Ich bin die Vöse. Ich bin nicht mehr. Der nächste wird dich tönt! Was ist das? Was ist das? Nur noch ein bisschen und ich hätte fast aufgegeben. Meine Güte. Ja, jetzt sind wir gefangen. Ja, keine Sorge, ich mach noch nichts. Das ist sehr tricky. Alles klar, jetzt können wir mit der Sägel das Schloss da zersägen und dann rauskommen. Sehr cool. Bei Snäcki gab es sowas nicht. Da gab es andere Option. Schön liegen bleiben. Hm. Ja. Ich würde lieber nicht wissen, was passiert, wenn ich hier gleich entdeckt würde. Aber besser nicht daran denken, ich möchte einfach hier raus. Was ist der Ausgang, nehme ich mal an? Ja. Ja. Das war verrückt. Sehr verrückt würde ich auch sogar sagen. Und Rang S, ziehen wir alleine an. Bist du? Ja. Ja. Gut, dass du wiederholt hast. Kaz, wasst du etwas stärker für nächste Mal? Du hast es. Wie geht es mit einem Dramatis-Bladen-Bladen-Jigsaw? Und, äh, wann wird die nächste Mal? Ich werde ja auch sein. Ich werde es mit einem Dramatis-Bladen-Jigsaw. Hey, bist du gut? Ja. Meine Lungen sind wie Charcoal. Ich werde es mit einem Zeitraum verbring. Ich werde es mit einem Zeitraum verbring. Der Schmerz in meinem Kopf ist weg. Also war das nur ein Kopie des Bosses. Das stimmt. Der Schmerz ist weg. Das stimmt. Wie ist die Situation mit dir? Alles gut? Ja. Aber es ist ein wenig Problem. Ich kann nicht mit dem Bossen. Bossen? Ich dachte, der Professor war nach uns. So habe ich. Hier ist das Problem. Ich habe angefangen, und ich habe jemanden nach der Schule, der Professor erwähnt. Und die Schule nicht existiert. Nein, es existiert. Aber Bossen ist ein Verwicht. Die Person in der Schule sagte, dass nicht der Professor oder Bossen da waren da in einem Zeitraum. Kohlmann wusste über uns. Wir wurden von der CIA. Die KGB und Bossen haben uns in das alles gebracht. Kohlmann muss auch wissen über sie. Du denkst, dass Kohlmann sie hat? Nein. Erinnern Sie, Galvez ist kein Pencil-Pusher. Ja. Die KGB haben auch einen Augenblick auf Kohlmann. Das könnte sein, dass sie wissen, was die CIA versuchen zu machen, und sind einfach aus der Sicht. Wir hoffen so. Wir sehen, wann du aus der KGB rauskriegen kannst. Okay. Zurück zum Arbeit. Ich hätte besser gehen können. Snake. Wir haben keine Szenen gefunden, dass der Peace Walker aktiviert wurde. Zumindest von außen Boden. Es ist noch in der Hanger, in der du vorhin warst. Diesmal ist es wirklich unsere letzte Chance. Die A.I. Auf der Weg. Okay, scheinbar existiert diese Schule da nicht. Die haben uns also angelogen. Sieh mal deine an. Ausgetrickst wie... wie Blödmänner. So sagt man. Okay, einer ist krank. Kein Problem. Boah, da haben wir aber gute jetzt bekommen. Äh, der ist Rang C bei... ...Medic. Rang D. Der ist gut. Der kann zu uns kommen. Flower... Wallen ... Zeugierst du nicht. Passt du jetzt. Du hast anger geniet. guter Walkman. Solche gab es glaube ich 2002 oder 2003 oder so. Ich kann mich auch ehren. Ich kenne nicht alle Walkmans. Leider so. So wir müssen mal Okay. Wir müssen also sein ganzes Werkzeug was er da verloren hat jetzt wieder aufsammeln. Dafür müssen wir unsere Kumpagne jetzt hier benutzen, weil Snake kann das nicht machen. Sieht soweit gut aus. Los geht's. Okay. 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 I don't miss miss me. Freeze. Ah! 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 Okay, da kann ich nicht überspringen. Ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Freize! Fulton, der Helikopter ist fertig. So, ab mit dir. So, ab mit dir. Ja, ich brauche nur noch einen. Und dann war es das. Wo ist das letzte? Hm. Hm. Perfekt. Das war auch jetzt nicht so schwer, die zu suchen, aber... Na ja. Frank A. Hm. Schauen wir mal, was da jetzt wieder los ist. Oh, einer hat sich uns freiwillig angeschlossen. Willkommen an Bord. Hm, der hat gute... Der hat gute Werte, aber... Ich brauche nicht. Sorry, Mann. Vielleicht beim nächsten Mal. So, Waffen, Waffen, Waffen... Granate können wir mal upgraden. Perfekt. Gut, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part, bei Let's Play Metal Gear Solid Beastwalker. Bleibt dran, es wird weitergehen. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei euch. Und dann kann ich mal bei euch das. Ich habe die Dage. Ich habe die Dage. Und dann geht es dir. Ich bin ein. Ich bin ein. Und dann... Du hast, du hast...